Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und wünsche euch einen wunderschönen guten Mittag. Heute ein bisschen verspätet, ein bisschen verspätet, bin noch ein bisschen aufgehalten worden, sorry. Ich warte mal einen Moment, bis ihr mich hier live findet heute auf Facebook mit, wie viel Verspätung haben wir denn? Sieben Minuten Verspätung, ansonsten bin ich ja immer ein Freund davon pünktlich zu sein, aber heute? Ausnahmen bestätigen die Regel, sieben Minuten Verspätung. So, Tag 6 Challenge, raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Heute würde ich gerne mit dir drüber sprechen, beziehungsweise eine Übung, eine Anleitung, eine Meditation, wie auch immer du das nennen möchtest, mit dir machen. Wo es um das Thema geht, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen für dich, für dein Leben, für dein zukünftiges Leben. Wo möchtest du hin? Mal da einen klaren Fokus zu haben, wo du wirklich hin möchtest und mal reinzufühlen, wie fühlt sich das an? Und da gebe ich dir auch gerne mal einen Tipp mit auf den Weg, wie ich das mache, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Ja, das würde ich jetzt gerne mal mit dir gemeinsam machen. Ich sehe, es sind die Ersten hier live mit dabei. Wer es ist, kann ich noch nicht sehen. Wenn du ein Hallo ins Kommentarfeld schreibst, dann kann ich dich auch sehen, kann ich auch persönlich dich begrüßen. Ansonsten sehe ich nur die Teilnehmerzahlen hier. Ja, also Entscheidungen treffen. Lass uns da mal näher hinschauen, weil, wenn es jetzt darum geht, Beispiel, gerade in der jetzigen Zeit, sich zum Beispiel dafür zu entscheiden, ja, ich löse mich jetzt aus dem Mangel, ich löse mich aus der Orientierungslosigkeit. Ich bin jetzt schon so lange auf der Suche nach dem Ding, was mich ausmacht. Ich bin schon so lange auf der Suche nach dem, was ich wirklich möchte, weil ich tief in mir spüre, das, was ich bislang mache, das ist nimmer das, was mich total erfüllt und glücklich macht und mich morgens voller Freude aus dem Bett hüpfen lässt, egal, was da draußen irgendwie gerade los ist. Dann kann man sich mit diesen Gedanken lange beschäftigen und lange diesen Gedanken weiter hegen und pflegen oder man kann auch einfach mal eine Entscheidung treffen, ich gehe jetzt dafür. Ich schaue mir jetzt mal genau an, was das eine Ding ist, was mich wirklich ausmacht, warum ich mal hierher gekommen bin und schaue mal genau hin, meine Talente, meine Begabungen, meine Vielseitigkeit, die packe ich da mit rein, sodass das ein wunderbares Ganzes ergibt. Und daraus, und damit zeige ich mich da draußen am Markt, sprich, daraus kreiere ich meinen Seelenberuf, stelle den auf ein stabiles Fundament und starte damit dann eben da draußen auch durch. Und da geht es einfach darum, sich dafür zu entscheiden oder weiter, auch das ist eine Entscheidung und da ist auch nichts falsch dran, ich möchte es dir nur bewusst machen, wir haben immer die Möglichkeit, uns für etwas zu entscheiden, also entweder dafür oder dafür. Oder eben weiter, ja, wie ich es gerne sage, natürlich auch noch Runden zu drehen, eine Schleife zu drehen. Okay? So, und da würde ich jetzt gerne mal mit dir hinschauen, sodass wir, ja, das am besten in einer kleinen Übung einfach mal machen, damit du mal so ein bisschen da rein spüren kannst, wie ich das mache. Das gebe ich dieses Tool, dieses Werkzeug, diese Technik, wie auch immer man die nennen möchte, die gebe ich dir jetzt mal gerne mit auf den Weg. Okay? Bist du bereit? Dann schließen wir mal gemeinsam die Augen, nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein, der Rücken darf möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann, die Füße gerne nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nähert und trägt, die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet, auf die Oberschenkel legen, so wie um eine Scooter aufzufangen. Und dann lade ich dich dazu einmal, durch den Mund einige Male tief auszuatmen, dich in deinen Körper sinken zu lassen, dich leer zu machen. Spür mal gerne die Sitzfläche, auf der du hockst und komm so ganz im Hier und im Jetzt an, in dem Raum, in dem du dich befindest und lass dann den Atemstrom durch die Nase ganz leicht frei ein- und ausströmen. Beobachte für einen Moment deinen Atemstrom, wie es dich atmet, ohne etwas zu verändern. Wunderbar. Ganz leicht und frei strömt der Atemstrom ein- und wieder aus. Ein- und aus. Weiter gibt es für den Moment nichts zu tun, als zu atmen. Und dann lade ich dich ein, mal in die Vorstellung hineinzugehen, wie es ist oder wie es wäre, wenn du dich jetzt daran erinnerst, daran erinnern könntest, absolute Klarheit zu haben, was genau deiner Seelenaufgabe entspricht. Wenn du diesen unsichtbaren Rucksack jetzt mal voller Neugierde auspacken könntest, den du mit dir hergebracht hast, auf diese Erde, auf unsere wunderschöne Erde. Vielleicht hilftst du die Metapher, vielleicht kannst du dich erinnern, als du früher in der Schule eingeschult wurdest und so die Schultüte bekommen hast und da ganz neugierig ausgepackt hast, dass da alles für tolle Sachen drin waren. Vielleicht kannst du dich daran erinnern und kannst so annähernd in diese Freude jetzt reingehen, wie sich das anfühlt, absolute Klarheit zu haben zu deiner Seelenaufgabe, zu deiner Lebensaufgabe, zu deiner Einzigartigkeit, zu deinem wahren Potenzial, das in dir schlummert, zu deiner wahren Kreativität, zu deinen wahren Gaben stärken, zu deinem wahren Potenzial. So, jetzt füll mal hinein, wie fühlt sich das für dich an, wenn du da jetzt dir vorstellen könntest, dass du absolute Klarheit hast, was dein Ding ist. Füll mal hinein, wie sich das für dich anfühlt. Vielleicht kannst du da aufatmen, vielleicht wuschst ein Lächeln über dein Gesicht, so der Freude, wow, jetzt habe ich endlich mein Ding gefunden, jetzt weiß ich endlich, was meins ist. Vielleicht entspannt auch dein ganzer Körper. Vielleicht sprudeln auch noch weitere Ideen in deinem Bewusstsein, was auch immer. Lass einfach mal zu und geh mal in diese Energie hinein. Und dann füll mal. Wie fühlt sich diese Energie an? Fühlt sich das leicht an oder fühlt sich das schwer an? Mein kleiner Tipp am Rande, alles, was sich leicht anfühlt, ist eigentlich deine innere Wahrheit. Entspricht deiner inneren Weisheit. Mag ein Indiz dafür sein, diesen leichten Weg zu gehen. Was sich schwer anfühlt, das sind Dinge, die nicht deine sind. Die du übernommen hast, die du auf dich geladen hast, wann auch immer, woher auch immer sie kommen, warum auch immer sie da sind. Das bringt Schwere rein, das ist nicht wirklich deins. Und dann lade ich dich mal ein, mit dieser Energie, die du gerade hast, der Vorfreude vielleicht, wie es ist, wenn du genau dein Ding entdeckt hast, das, was dich ausmacht, mit all deinen Zellen, mit allen Ebenen deines Seins, mit deinen Gaben, mit deinen Stärken, mit deinem Potenzial. Du musst jetzt nicht genau wissen, was es ist. Dir nur vorstellen, was das für ein Gefühl in dir auslöst, wenn dieser Zeitpunkt da ist, dass du genau weißt, das ist mein Ding. Dann lade ich dich dazu ein, für die Frage zu stellen, wenn du dich jetzt in diesem Moment dafür entscheidest, dafür zu gehen, dein Ding zu machen, wo stehst du dann nächstes Jahr um diese Zeit? Wo bist du dann in einem Jahr? Bist du dann den entscheidenden Schritt, den du dir vielleicht schon immer gewünscht hast, wirklich weitergekommen? Bist du dann wirklich da, wo du eigentlich stehen möchtest, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, heute, jetzt, die Entscheidung zu treffen und dafür zu gehen? Und wie fühlt es sich an, wenn du dich dafür entscheidest, jetzt, keine wirkliche Entscheidung zu treffen, sondern so weiterzumachen, wie bisher? Wie fühlt sich das für dich an? Wo stehst du dann in einem Jahr? Bist du dann in einem Jahr wirklich dort angekommen, wo du eigentlich aus ganzem Herzen hinmöchtest? Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, nicht deinem Herzen zu folgen, wirklich dein Ding zu entdecken, absolute Klarheit zu haben, was dein Ding genau ist, was genau deine Lebensaufgabe ist, fühl mal hinein. Was lässt dich weiter wachsen? Was lässt dich weiter zu dir, zu deinem wahren Kern kommen? Jetzt wirklich genau diesen Zeitpunkt zu nutzen, dich dafür zu entscheiden, deinen Weg zu gehen oder noch weiter zu auszuharren und zu warten. Wenn du jetzt losgehst, wo stehst du in einem Jahr? Wie fühlt sich das an? Und wie fühlt es sich an, wenn du die Entscheidung triffst, jetzt nicht loszugehen? Wie fühlt sich das an? Spür da mal nach. Sehr schön. Und dann öffne wieder deine Augen und komm wieder zurück ins Tagesbewusstsein. Und ich möchte dir noch etwas mit auf den Weg geben, was so dazu passt, jetzt die Entscheidung zu treffen, deinen Seelenplan zu entdecken, aber auch in die jetzige Zeit wunderbar hineinpasst. Um es mal spirituell auszudrücken, wo Licht und Schatten aufeinander treffen. Was wäre, wenn gerade das jetzige Zeitgeschehen, metaphorisch gesprochen, nichts anderes wäre als ein großer Raum, in dem bislang eine 75 Watt Birne leuchtet, wo noch viele Schatten sind, wo einfach der komplette Raum nicht ausgeleuchtet ist, weil einfach nur eine 75 Watt Birne da brennt und es da noch so ein paar dunkle Ecken gibt. Was wäre, wenn genau die jetzige Krise oder dieses, was da immer, wie auch immer wir das nennen möchten, genau dazu da wäre jetzt, die 75 Watt Birne auszutauschen in eine 100 Watt Birne und den Raum komplett auszuleuchten, sodass alle Schatten verschwinden können. Dass das Licht alles durchleuchtet und durchflutet. Und was wäre, metaphorisch gesprochen, wenn du jetzt bislang in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Lebensraum noch die 75 Watt Birne anhast und es da noch einiges an Schatten gibt, wenn du jetzt die Entscheidung treffen würdest, die 100 Watt Birne reinzudrehen, alles zu durchleuchten, mit Licht zu durchfluten, sodass du absolute Klarheit hast, warum du wirklich hierher gekommen bist, was dein Ding ist, was wirklich dir entspricht, dein Potenzial jetzt entfaltest, deine Gaben, deine Stärken entdeckst. All die Dinge, die dich ausmachen, die dich einzigartig machen, wo du so ein Geschenk für viele Menschen da draußen bist, wenn du dich einfach mal damit auch wirklich zeigst und da deine Hilfestellung auch wirklich anbietest, indem du nicht nur deinen Seelenplan entdeckst, also was absolut dein Ding ist, sondern daraus auch deinen Seelenberuf kreierst, anderen Menschen oder was auch immer, wer auch immer es ist, da draußen helfen kannst und dir so dein Leben so gestalten kannst, wie es wirklich zu dir passt, wie fühlt sich das für dich an? Kommt da Freude auf? Macht das leicht? Was macht das mit dir? Und wie wäre es, wenn du jetzt einfach der Freude, dir erlauben würdest, der Freude zu folgen? So wie wir alle das auch als kleine Kinder gemacht haben. Kleine Kinder folgen immer der Freude. Man hat es nur uns abtrainiert. Was wäre, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen würdest, einfach der Freude zu folgen? Das, was du jetzt in dir spürst, jetzt dein Ding durchzuziehen, deinen Seelenplan zu entdecken, daraus deinen Seelenberuf zu kreieren, also wirklich dem Ruf deiner Seele zu folgen. Was würde das alles für dich verändern, für deine Familie, für deine Kinder, für dein gesamtes Leben? Wie würdest du da auf dein Leben zurückblicken, wenn du dich jetzt auf diesen Weg begibst? Wir haben einen freien Willen, wir haben immer die Wahl, wir dürfen uns immer entscheiden. Und selbst wenn wir glauben, kann mich jetzt nicht entscheiden, dann haben wir uns auch entschieden. da ist auch weder an dem einen noch an dem anderen, es ist nirgendwo was falsch dran, es ist alles so, wie es ist. Es ist immer die Frage, wie möchtest du es haben? Jetzt, ab sofort. Auch wenn du bis eben noch gedacht hast, so und so ist es, wie möchtest du es ab jetzt haben? Okay? Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wenn du da näher mit mir hinschauen möchtest, ich poste dir auch gerne einen Link rein, buche dir da ein kostenfreies Strategiegespräch und lass uns da gerne auch mal unter vier Augen miteinander sprechen. Ich nehme da auch gerne Zeit mal für dich, dann sehen wir uns. Okay? Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.